Willkommen zu einer weiteren Session, ähm, was ist jetzt eigentlich nochmal unser Ziel, äh, ah, jetzt sind wir Center Delta, stimmt und jetzt war ja hier so ein anderes Gebiet, ich laufe falsch, ich muss hier hoch, Frachtraum C, wir gucken einfach mal rein. Lief jetzt nicht so gut, ach, na klar. Dann kommen wir bestimmt noch hin, kurz wieder Energie tanken, ähm, sollt ihr nicht ne Bahn sein? Transit System ist offline. Na toll, was mach ich jetzt? Sieht aus, als wäre das ganze System heruntergefahren. Gehen Sie rüber zum Transit Center und fahren Sie es mit dem Hauptterminal wieder hoch. Sie müssen durch Frachtraum C. Okay, ich geh sofort dahin. Willst du mich verarschen? Klar, auf einmal ist die Tür offen. Na dann. Oh, das war wohl nicht so klug. Ist alles okay, Seth? Hat Pilot Sie verletzt? Nein, nicht wirklich. Er wollte bei mir aber auf jeden Fall eine Nummer abziehen. So langsam glaube ich, dass wir das Ganze nicht überleben. Pilot wird uns weiterhin verfolgen und Sie können nicht ewig so weitermachen. Ich habe wirklich kaum eine Wahl. Seien Sie vorsichtig, okay? Wenn Ihnen etwas passiert. Ich bin vorsichtig, keine Sorge. Mist. Das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Was ist das denn? So, da kommen bestimmt irgendwo noch wieder welche. Oh, das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Nein. Oh, das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Toll. So, ganz alleine ist das echt ein bisschen doof. Na, wo ist er? Was war das denn schon wieder? Oh, das ist auch doof. Oh, das ist auch doof. Okay, das wird langsam ein bisschen stressig hier. 700 Teile. Das ist auch doof. 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 Oh, oh, oh. Das ist auch doof. 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 Das Leben ändert sich schnell, binnen einer Sekunde. Da sitzt man beim Abendessen mit der Familie und plötzlich trauert man um den Verlust eines ganzen Planeten und starrt direkt in den Abgrund. Oh Mann, Hellung. Oh, das hat geklappt. Oh, wir sind eingefroren. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee. Die Unterfüßung Läuft doch ganz gut so. Was haben wir hier? Mit dieser Chaingun könntest du den Aliens echt einheizen. Schade, dass bei dir nicht die richtigen kybernetischen Upgrades installiert sind. Hören Sie nicht auf ihn, Seth. Sie brauchen weder diese Kanone noch kybernetik. Das kann ich trotzdem sehen. 75. Upsala. Das ist nicht schlecht. So kurz vor dem Ziel, ich werde dir trotzdem heilen, ey. Das ist nicht schlecht. So, 315, ok. Jetzt könnten wir ihn da noch mit aufrüsten, aber brauche ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich da auch eher auf Waffen gehen. Na gut, machen wir es hin. Machen wir hier eine folgende Poesie in Spitze mit einem Gemächtnis. Bis dann.